Vor drei Jahren habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich die sieben schlechtesten deutschen Amateurmannschaften der Saison 2019-20 vorgestellt habe. Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Unterbrechungen oder sogar Beendigungen vieler Amateur-Ligen, habe ich mich entschieden, das Format für die Saison 2020-21 und 2021-2022 auszusetzen. Doch jetzt, da die Corona-Pandemie so gut wie beendet ist, konnten die Amateure endlich den regulären Liga-Betrieb wieder aufnehmen und die Saison ohne Unterbrechungen beenden. Das hat mich dazu motiviert, intensiv in den tiefsten Ligen des Landes zu recherchieren, um die schlechtesten Mannschaften der Saison 2022-2023 zu finden. Von Teams, die keinen einzigen Punkt erkämpfen konnten, bis hin zu solchen, die jedes Spiel im Schnitt zweistellig verlieren. In diesem Video geht es um die 10 schlechtesten deutschen Fußballmannschaften der Saison 2022-2023. Sollte es zu Fragen und Unklarheiten bezüglich der Platzierungen, Recherche, Kriterien und so weiter kommen, Schaut in der Videobeschreibung, dort steht alles Relevante über diese folgenden Dinge drin. Sollte doch Fragen aufkommen, gerne in die Kommentare schreiben oder mir privat auf Instagram. Die wichtigsten Dinge sind halt nur, dass auch Frauenmannschaften in diesem Video auftauchen, sowie auch Reservemannschaften. Vereine, die sich mitten in der Saison zurückgezogen haben aus dem Liga-Betrieb, werden natürlich nicht mit einberechnet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um mehr interessanten Fußball-Content zu erhalten. Nummer 10. FV Aufbau Jatznik Der Fußballverein Aufbau 1947, eingetragener Verein Jatznik, ist ein deutscher Amateur-Fußballverein aus Mecklenburg-Vorpommern, um genau zu sein aus der ca. 2.000 Einwohner-Klein-Gemeinde Jatznik im Osten des Bundeslandes. Der 1947 gegründete Verein spielt derzeit in der ersten Kreisklasse Vorpommern-Kreifswald der 11. und niedrigsten Spielklasse Deutschlands und zeigte dort keine guten Leistungen. Obwohl der Verein in der vergangenen Saison einen respektablen 7. Platz erreichen konnte, beendete er die aktuelle Saison auf dem letzten Platz, ohne einen einzigen Punkt zu erspielen. Außerdem erzielte Jatznik nur 13 Tore und kassierte in den letzten 20 Liga-Partien 122 Gegentore. Das ergibt eine Tordifferenz von minus 109 und eine Durchschnittsquote von 6,1 Gegentore pro Spiel. Nr. 9 Essie Fintrop 05 21 Dritte Der Sportklub Fintrop 05 21 ist ein aus dem Essener Stadtteil Fintrop stammender Amateur-Fußballverein und entstand durch eine Fusion eines 1905 und 1921 gegründeten Sportklubs. Während die erste Mannschaft von Fintrop bis zum Ende in der Kreisliga A um den Aufstieg mitkämpften, spielte die dritte Mannschaft eine sehr enttäuschende Saison. Die Reserve der Reservemannschaft befindet sich aktuell in der Kreisliga C-Essen, der niedrigsten Spielklasse des Niederrheinischen Fußball-Landesverbandes. In der jetzt abgelaufenen Saison 2022-2023 schaffte die Essener Mannschaft ein Unentschieden und zwei Siege. Trotz dieser Erfolge stehen sie mit lediglich 7 Punkten aus 34 Liga-Partien auf dem vorletzten 16. Tabellenplatz. 7 Punkte aus 34 Liga-Partien ist an sich nicht gut, aber für dieses Video eigentlich deutlich überdurchschnittlich. Aber der Grund, wieso der Verein trotzdem hiermit aufgelistet ist, ist dessen Torverhältnis, das absolut nicht gut ist. Das Team verlor regelmäßig seine Spiele sehr hoch und häufig zweistellig. Durch diese deutlich hohen Niederlagen kam ein Torverhältnis von 36 zu 266 zustande. Das heißt, der Verein kassierte pro Spiel insgesamt 7,8 Gegentreffer aus 34 Liga-Partien. Kein Verein auf dieser Liste hat einen schlechteren Wert als die dritte Mannschaft des SC Fintrop 1905-1921. Nummer 8 Internationaler FC Rostock Frauen Der internationale Fußballclub Rostock e.V. ist ein basisdemokratischer Sportverein und Kulturprojekt, das 2015 gegründet wurde. Als historisches Vorbild diente der 1899 gegründete FC Inter Rostock, der 1945 ungefähr für aufgelöst erklärt wurde. Neben einer Herrenfußballmannschaft, die aktuell in der Kreis-Oberliga kickt, hat Inter auch eine Frauenmannschaft, die sportlich eine schwere Saison hinter sich hatte. Aus 24 Liga-Partien in der Kreisliga erspielten die RostockerInnen keinen einzigen Sieg, kein einziges Unentschieden und somit keinen einzigen Punkt. Selbst erzielten die Inter-Frauen 15 Tore und kassierten insgesamt 143 Gegentreffer. Das Kurioseste daran ist aber, dass die Frauenmannschaft von FC Inter Rostock auch über eine Reservemannschaft verfügt. Diese spielt tatsächlich in derselben Liga und mit 29 Punkten auf Platz 7 ist sie sogar besser als das Original. Nummer 7 FC Benfit 2 Der FC 1958 Benfit ist ein westfälischer Amateurfußerverein aus der am höchsten gelegenen Ortsteilernte Brück im Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Reserve von Benfit spielt derzeit in der Kreisliga D die zwölfhöchste Spielklasse des Bundeslandes. Die Grünen-Weißen wurden trotz großem Umbruch in der Winterpause in ihrer Liga Tabellenletzter. Der Verein konnte nur einen einzigen Punkt einfahren und erzielte in 26 Partien 22 Tore und kassierte insgesamt 195 Gegentreffer. Nummer 6 TUS 09 Rot-Weiß Frehlenberg 2 TUS 09 Rot-Weiß Frehlenberg ist ein Amateurfußerverein aus der Stadt Übbach-Palmberg im Kreis Heinsberg. Seit letzten Jahres besitzt TUS RW Frehlenberg eine eigene zweite Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga D die elfte und niedrigste Spielklasse des Mittelrheinischen Landesverbandes spielt. Dieser holte nach 17 gespielten Liga-Partien keinen einzigen Punkt und wurde letzter. Zudem besitzt diese mit 9 Toren und 210 Gegentreffern weder über eine gute Offensive noch Defensive. In Zahlen ausgedrückt sind es insgesamt 12 Gegentreffern pro Spiel. Am krassesten war das Spiel im Oktober 2022 gegen der SG Stahl Niederbusch II., wo man eine 32 zu 1, ich frag mich wie man ein Tor geschossen hat, Niederlage hinnehmen musste. Eigentlich gewann man sogar ein Spiel, aber nach dem Rückzug von Viktoria Schallbruch wurde das Spiel annulliert. Nummer 5 SG Stuttgart West – Frauen Die Spielgemeinschaft Stuttgart West ist ein 1946 gegründeter Amateursportverein aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Seit Sommer letzten Jahres verfügt der Verein über eine eigene Frauenfußballmannschaft, der sofort seinen Spielbetrieb aufnahm. In der Stuttgarter Kreisliga A spielt der Verein aber keine gute Debütsaison und wurde mit einem einzigen Punkt letzter. Zudem kassierten die West-Stuttgarter Damen in 19 Liga-Partien 201 Gegentreffer und schossen selbst nur 17 Tore. Zwar steht noch ein letztes Spiel gegen den Tabellen 8. SV Hoffeld II an, aber nach der 30 zu 0 Klatsche gegen TSV Nelmersbach Anfang Mai sehen die Chancen auf einen Erfolg schlecht aus. Mit einem einzigen Punkt und einer Quote von 10,58 Gegentore pro Partie bleibt die Spielgemeinschaft Stuttgart West 2022-23 die schwächste im deutschen Frauenfußball. Nummer 4 FSV Kaiserslautern Der FSV Kaiserslautern 1986 eingetragener Verein ist ein Sportverein aus der rheinland-pfälzischen Großstadt Kaiserslautern. Gegründet wurde der Verein am 3. Januar 1986 und gilt als Nachfolger des aufgelösten PSV Kaiserslautern. Dieser war zwar im Fußball recht unbekannt, aber am Tischtennis spielte der Polizeisportverein Kaiserslautern 1970 bis 1972 zwei Spielzeiten in der Bundesliga. Der neu gegründete FSV spielt aktuell in der Zielklasse Kaiserslautern Donnersberg Süd und zeigte dort das Gegenteil von guten Leistungen. Der Verein bekam aus 22 Liga-Partien 196 Gegentreffer, keinen einzigen Sieg, kein einziges Unentschieden und demnach keinen einzigen Punkt. Mit dieser Saisonbilanz macht ihr Motto auf der Vereinswebseite Sinn. Niemand wie wir. Niemand ist so schlecht wie der FSV Kaiserslautern. Nummer 3 FC 1923 Hengsberg Der FC 1923 Hengsberg ist ein deutscher Amateurfußballverein aus Pirmasens und ist ein etablierter Teil des deutschen Fußballs. Im Februar dieses Jahres feierte der Verein sein 100-jähriges Bestehen und hoffte, dieses Jubiläum mit guten sportlichen Leistungen zu vergolden. Leider verlief die Saison für den FC Hengsberg alles andere als erfolgreich. Sie erlebten eine der schlechtesten Saisonleistungen ihrer Clubhistorie. In der C-Klasse Pirmasens zwei Brücken bestritt der Verein insgesamt 30 Spiele, erzielte dabei lediglich 21 Tore und musste stolze 222 Gegentore hinnehmen. Nummer 2 Moorburger TSV Der Moorburger Tourensportverein ist ein 1897 gegründeter breiten Sportverein aus Hamburg, der hauptsächlich durch dessen Fußballabteilung bekannt wurde. Im Jahr 2007 wurde der Verein für seine hervorragende Jugendarbeit mit dem Sepp Herberger Preis ausgezeichnet und 2007 schaffte man es in die zweite Runde des Hamburger Pokals, wo man zu Hause gegen den FC St. Pauli mit 7 zu 0 unterlag. In den 2010er Jahren wurde der Spielbetrieb des Moorburger TSV zunehmend inaktiv, sodass schließlich beschlossen wurde, ihn vollständig einzustellen, um sich verstärkt auf die Senioren-, Jugend- und E-Sportmannschaft zu konzentrieren. Jedoch erwachte das Interesse des Vereinspräsidenten am Herrenfußball wieder und im Sommer 2023 gründete er die Fußballabteilung der Männer neu. Nur drei Wochen vor Saisonbeginn trommelte man schnell einen Kader zusammen und startete ohne wirkliche Vorbereitung in die Spielzeit. Das Hauptziel des neu gegründeten Vereins lag nicht im sportlichen Erfolg, sondern um den Spaß am Spiel sowie Respekt und Fairness. Mit nur sieben gelben Karten in 28 Spielen und keiner roten gehört der Moorburger TSV zu den fairesten Amateurmannschaften Hamburgs. Da der Spaß an erster Stelle steht und der sportliche Erfolg zweitrangig ist, waren die Ergebnisse in der Liga nicht besonders gut. In der Hamburger Kreisklasse B bestritt der TSV etwa 28 Spiele und wurde mit nur drei gesammelten Punkten, 15 erzielten Toren und 244 Gegentreffern mit Abstand letzter. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es erstmal ein paar lobenswerte Erwähnungen, wenn man das so nennen darf, die es sich auch auf der Liste verdient hätten. SV Alten Bochum 01, Kreisliga C1 Bochum, SV Aufbau Lissodikuf, 1. Kreisklasse Warnow, FC Zillhausen, Kreisliga B Zollern, Sus Hörde, Kreisliga C Dortmund und DJK Kamp-Lindford Frauen, Kreisliga A Kempten-Krefeld. Nummer 1. Galatasaray Köln 2 Der GSK Galatasaray Köln ist ein 2015 von türkischen Migranten gegründeter Fußballverein aus dem Kölner Stadtteil Böckgemünd. Inspiriert hat man sich bei der Gründung des Vereins am türkischen Fußballverein Galatasaray Istanbul, der mit 18 Pokalsiege und 16 gewonnenen Meisterschaften zu den besten Mannschaften der Türkei gehört. GSK Galatasaray Köln verfügt neben der ersten seit 2018 auch über eine zweite Mannschaft. Diese spielt aktuell in der Kreisliga D die elfthöchste Stufe des deutschen Ligasystems. Nach Stand jetzt 22 gespielten Ligapartien konnte der Verein weder ein Spiel gewinnen, noch ein Unentschieden rausholen. Obendrein erzielte man selbst nur 23 Tore und man musste satte 258 Gegentore hinnehmen. Das sind fast 12 Gegentore pro Spiel. Das macht GSK Galatasaray Köln 2 nicht nur zur schlechtesten Mannschaft in ihrer Liga, sondern auch zur schwächsten in ganz Deutschland. Hier habt ihr nochmal einen Überblick über die schlechtesten deutschen Fußballvereine seit der Saison 2014-15. Das waren die 10 schlechtesten deutschen Fußballvereine dieser Saison. Welchen Verein findet ihr zu Recht auf dieser Liste und welchen nicht? Was war die höchste Spielklasse, in der ihr es mal als Spieler geschafft habt? Schreibt dies gerne in den Kommentaren. Wenn ihr dieses Video supi dupi fandet und ihr auch möchtet, dass ich nächstes Jahr auch dasselbe mache und die schlechtesten Fußballvereine Deutschlands raussuche, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um dieses nicht zu verpassen. In der Endcard findet ihr ein Video über die 6 komischsten Namen von echten Fußballvereinen und das andere ist ein YouTube-Short über den vermutlich schlechtesten Profi-Verein aller Zeiten. Folgt mir auf Instagram, at neurofootball. Das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's im Video.